Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Annover 96 Karrieremodus. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Episode und heute soll es gegen den 1. FC Köln, gegen den VfL Stuttgart und gegen den FC Bayern München gehen. Sehr, sehr schwere Spiele, die uns da bevorstehen. Mal sehen, wie das Ganze so laufen wird. Wir haben ein bisschen Verletzungssorgen, sowohl Prip als auch Leila Gottes, unser Rechtsverteidiger, der gute Pereira, sind verletzt. Und allgemein ist die Form nicht sonderlich gut teilweise. Wir werden ja momentan als Rechtsverteidiger aufgeboten, aber mal sehen, wie das Ganze laufen wird in dieser Episode. Wenn es euch gefällt, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Ist eine großartige Unterstützung, würde mich extrem drüber freuen. Und ja, ansonsten, wenn der Coinsport für Ultimate Team Shop Branded on Why-Link ist in der Videobeschreibung, auch da würde ich mich natürlich selber freuen, wenn ihr mich damit unterstützen wollt. Was machen wir heute so? Wir packen erstmal den Panda auf die Bank für Schmiedebach, beziehungsweise ist das momentan noch der Plan. Ich weiß nicht, ob ich den eventuell noch ändern werde. Vielleicht stelle ich Panda sogar mal in die Start-Ave auf 6. Das kann durchaus sein, denn ich glaube, dass der da ganz gut aufgehoben ist und da hätten wir Standardgefahr, die wir normalerweise nicht haben. Hoffmann ist nicht ganz fit, beziehungsweise nicht hundertprozentig genesen. Ich glaube, ich mache das sogar einfach mal. Und lasse ansonsten die Elf, wie sie war. Schlaudraff geht allerdings mal raus. Kiotak kommt dafür rein, jetzt haben wir doch einen Standardspezialisten. Juckt uns jetzt einfach mal nicht. Und ansonsten, ja, Schmiedebach kommt auf die Bank für Schlaufi, aber sonst passt das eigentlich so, wie es ist. Wenig Offensivpotenzial, aber wir haben sowieso viele Offensive vorne. Das dürfte also dementsprechend passen. Und damit würde ich sagen, gehen wir in die Partie. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Freitagabendspiel Hannover 96 gegen den 1. FC Köln. Die Aufsteiger aus der Domstadt waren zu Gast in der Landeshauptstadt Niedersachsen. Und wollten hier natürlich Punkte mitnehmen gegen die momentan etwas schwächelnde Hannoveraner in den letzten Spielen. Nicht mehr so überzeugt wie zum Saisonstart. Wollten sich aber natürlich jetzt in der Partie wieder steigern. Und die Kölner, naja, die wollten beweisen, dass sie ein 1. Liga-taugliches Team waren. Und dementsprechend standen sie hier mit einer Startup auf dem Platz, die man genauso erwartet hatte bei Hannover. Auch keine großen Änderungen, aber dazu wollen wir natürlich gleich kommen. Matze Lehmann und Ron-Robert Zieler auf beiden Seiten. So ziemlich die Kapitäle. Zieler momentan in absoluter Topform. Der beste Mann bei Hannover. Und wir schauen uns die Aufstellung der Roten mal an. Wir erinnern ja auf der Rechtsverteidigerposition vor Zieler, Sané und Marcelo in der Innenverteidigung. Links dann Bernhard. Zentrales Mittelfeld Christian Panda ausnahmsweise mal aufgestellt von Trainer MGT. Rechtes Mittelfeld, Jakunan links, Bittencourt vorne, Stindel, Higiotake hinter Rossellou. Sehr, sehr starke Aufstellung an sich bei den Hannoveranern. Überraschend natürlich Panda auf der 6. Er sollte für Standardgefahr sorgen, beziehungsweise das Spiel von hinten raus machen, mal Fernschüsse auf das Tor von Kessler bringen. Das war nämlich der Ersatztorwart heute für Timo Horn, der angeschlagen war. Olkowski auf rechts, Marvrey Philippe und Hector in der Verteidigung der Ex-Hannoveraner machte sein erstes Spiel im Trikot vom 1. FC Köln. Lehmann Vogt und Matuschek auf der 6. Risse und halfer links und in der Sturmspitze dann Anthony Uta. Die erste Szene von Christian Panda wird hier außen gefoult von Hector und kriegt den Freischuss zugesprochen. Und das ist in der Situation gerade für ihn gemalt. Aus knapp 19 Metern, halbrechte Position, das ist auf jeden Fall gut. Die Mauer rückt da ein bisschen vor, dementsprechend muss er nochmal warten, kann den Freischuss aber dann ausführen und macht das direkt aufs Tor von Kessler. Sehr gefährlicher Freischuss von Christian Manda, bleibt aber zunächst einmal beim 0 zu 0 nach knapp 15 gespielten Minuten. Wir gehen in die nächste Szene und die gab es für den 1. FC Köln. Matuschek nach knapp 30 Minuten, dann Sané mit dem Ball auf Marcelo und der mit einem ganz, ganz schwachen Pass da auf Daniel Halfer. Halfer gegen Bernat und das gibt Elfmeter nach 32 gespielten Minuten. Strittige Entscheidung, der Schiedsrichter ist hier in der Situation, man hätte eventuell weiterlaufen lassen. Können wir schauen uns die Szene direkt nochmal an. Das war eine knifflige Aktion. Da geht Halfer auf jeden Fall in den Mann rein. Allerdings geht Bernat auch aktiv zum Ball und zum Gegner irgendwie. Versucht wegzubleiben, schafft es nicht. Nicht strittig, aber man kann diesen Elfmeter wohl geben. Risse also gegen Ron-Robert Zieler. Die beiden Deutschen im Duell und Risse scheitert am Pfosten. Zieler in der falschen Ecke, aber Risse scheitert. Der Ball dann geklärt von Marcelo. Allerdings sollte das nicht lange gut, denn er wieder Vogt mit dem Ball in die Mitte gespielt auf Matuschek. Der legt ab auf Halfer und der dann in die Mitte zu Marcelo. Der kann den Ball nicht kontrollieren und Uja fällt. Es gibt den 2. Elfmeter. Nur 7 Minuten später, Elfmeter Nummer 2 für den 1. FC Köln. Marcelo mit dem 2. Patzer, den 2. Elfmeter mit verursacht. Und Uja kriegt ihn hier zugesprochen. Das war deutlicher als der 1. Elfmeter. Aber auch hier, Marcelo geht natürlich zum Ball, trifft Uja klarer auf jeden Fall zumindest als der 1. Elfmeter. Und dementsprechend die zweite Chance für Marcelo Risse, der wieder antrat gegen Ron-Robert Zieler. Gerade eben schoss er nach links gegen den Pfosten und jetzt wieder nach links. Und diesmal ist er drin. 1-0 für Köln. 42. Spielminute. Es war verdient, denn die Durmstädter waren besser in der Partie, hatten bessere Chancen, hatten mehr Chancen. Und dementsprechend machten sie hier das 1-0. Hannover musste sich jetzt mehr auf die Offensive konzentrieren, wollte das auch tun. Allerdings, naja, lief das nicht so wirklich, denn in der Folgezeit gab es wenige Chancen für die Niedersachsen. Denn Köln stellte sich der Defensiv hinten rein, verwaltete das 0-1, beziehungsweise 1-0 aus ihrer Sicht. Und dementsprechend musste Hannover irgendwie reagieren. Und sie versuchten es, wie gesagt, in Halbzeit 2 dann erst. Wir gehen mal in die erste Szene, die dann aber ein Konter war für den 1. FC. Der Ball kommt hier auf Matuschik. Wierinja mit dem Hackenfehler, nochmal Matuschik mit der Chance, mit rechts und Zieler mit einer Klasseparade. Hält ihr das 0-1 für Hannover fest. Es gab da einen Wechsel, Albonos kam für Jakunan. Dementsprechend rückte Wierinja vorne, das System wurde umgestellt auf 4-4-3. Das heißt deutlich offensiver. Und es kam tatsächlich zu Chancen für Hannover. Bittencourt hier setzt sich Außenklasse durch gegen die Grätsche. Die Flanke kommt auf Rosselou. Bogenlampen auf die Latte, da wäre Kessler chancenlos gewesen. Es blieb beim 0-1 nach 86 Minuten. Dann aber Albonos, wie gesagt, eingewechselt mit dem Ball auf Wierinja. Der spielt da außen rechts, setzt sich gegen Hector durch. Mit seiner Schnelligkeit geht in den 16er. Niemand greift ihn richtig an. In der Mitte steht Rosselou. Und das 1-1. 88. Spielminute, der Ausgleich durch den Spanier. Viertes Saisontor. Für ihn die Flanke von Wierinja stark. Und in der Mitte passt Mavrenich auf Horn. Ist nicht da, sondern Kessler, der kommt nicht raus. Bzw. viel zu spät. Deswegen hat Rosselou kein Problem reinzumachen. 1-1 also. Und nach 90 Minuten gab es dann die letzte Chance der Partie. Wieder bei Rosselou. Klasse, Übersteiger, der Schuss. Und Kessler wäre nicht rangekommen. Es geht aber vorbei. Und dementsprechend war das die letzte Aktion der Partie. 1-1 zwischen Aufsteiger Köln, Hannover 96, Niedersachsen. Über die gesamte Spielzeit leert. Ungefährlich, um hier einen Sieg mitzunehmen. Köln wird sich ärgern, in der letzten Minute quasi das Tor kassiert zu haben. Verdient war es allemal für Hannover in der zweiten Halbzeit besser. Allerdings hat Köln bewiesen, dass sie ein Erstligatauglicher Gegner für Hannover sind. So, mit einem Sieg gegen Köln wären wir natürlich deutlich besser da gestanden. Allerdings geht es auch so. Wir haben immerhin einen Unentschieden rausgeholt. Und das war ein sehr schwieriges Spiel. Aber immerhin ist es ein Punkt geworden im Endeffekt. Dadurch, dass Rosselou das Kopfballtor gemacht hat. Naja, war auf jeden Fall nicht so klasse, wie ich es mir erwartet habe. Aber ging auf jeden Fall. Villarinha muss weiter nach vorne. Ja gut, dann geht man auf die 10. Ich glaube, ich bin mit Doppelspitze. Ich glaube, alles andere macht irgendwie keinen Sinn. Was heißt, macht keinen Sinn? Es ist, glaube ich, klüger mit Doppelspitze zu agieren. Nur wie ist die Frage. Jetzt hat er mal die Schnauze, Facebook. Meine Güte nochmal. Ich glaube... Ja, 4-1-2-1-2 vielleicht. Dann mit Yakunan im Sturm. Stindl auf A10. Villarinha und Bittenkurt außen. Und auf A6. Diesmal Schmiedebach wieder. Panda hat zwar gut gespielt, aber mit beispielsweise einem... Okay, wenn Kiyotake draußen sieht, ist das scheiße, ne? Aber egal, wir kriegen das auf jeden Fall hin mit den Standards. Und so viel aber allgemein nicht. Von daher passt das einigermaßen. Panda hat auf jeden Fall gut gespielt. Prip können wir eventuell mal wieder reinholen. Den packen wir mal auf die Bank für Andrösen. Und auch Schlaudraff. Könnte eigentlich drauf. Nur für wen ist die Frage dann? Wir haben einen Verteidiger. Deswegen geht Ballerin mal runter. Hat sich bisher sowieso noch nicht so gut... Ah, wohl. Jetzt habe ich das zurückgesetzt. Boah, nee. Alter, das gibt es doch nicht. Mann. Wie war denn das jetzt? Wo ist denn das? 4-1-2-1-2. Da ist 4-1-2-1-2. So, Bittenkurt. Kiyotake. Stindl. Yakunan. Stindl auf A6. Was? Nein. Ach, nee. Wir haben ja ganz andere Spieler. So, Panda raus. Albonos rein. Andrösen raus. Prip auf die Bank. Schlaudraff raus. Panda ganz raus. Stindl. Kiyotake tauschen wir. Und Kiyotake geht raus und spielt aber dafür rein. Und Sané geht raus und hoffen mal dafür rein. Ich denke mal, so ist das ganz gut. Wir werden auf jeden Fall unser Spiel jetzt gegen Stuttgart so gut wie möglich bestreiten. Hoffen auf einen Sieg. Ich wünsche euch viel Spaß. Und bis gleich. Hannover 96 war zu Gast beim VfB Stuttgart im Schwabenland in der Metis-Dispenser-Arena. Und hier wollte man Punkte mitholen, nachdem er gegen den Aufsteiger Köln nicht hatte. Gewinnen können die Roten also angereist, um drei Punkte aus Stuttgart zu entführen. Stuttgart wollte das nicht zulassen. Stand noch vor den Roten aus Hannover mit zehn Punkten aus den ersten fünf Spielen. Sehr gut in die Saison gestartet Hannover mit neun Punkten. Dementsprechend hätten sie vorbeiziehen können am VfB Stuttgart mit einem Sieg. Das Stadion gut gefüllt. Schöne Choreografie der Stuttgart-Fans. In der letzten Saison hatten sie so leiden müssen. Dieses Jahr lief es bisher sehr, sehr gut. Und sie wollten natürlich auch heute wieder angreifen. Bei Hannover gab es eine Änderung. Sie spielten im 4-1-2-2-Susserien. Das heißt mit Doppelspitze. Jakunan neben Rossellou in der Sturmspitze. Rechts dann Villarinha. Auf der linken Seite bitten Kurt Stindl auf der 10. Und auf der 6, ja, Manuel Schmiedebach. Sven Ulreich im Tor bei, ja, eben dem VfB Stuttgart. Der sollte die Tore von Jakunan und Rossellou verhindern. Auf der anderen Seite lag das Augenmerk natürlich auf den beiden Stürmern. Auf Jakunan und eben Rossellou. Steffen Schwurbel, der Schiedsrichter der Partie, pfifft dann an. Und dementsprechend durften die beiden Stürmer ihre erste Aktion starten. Und das Ganze nach ungefähr 12 Minuten. Hier bitten Kurt auf Rossellou. Übrigens hatte wie erinnert der neue rechte Mittelfeldspieler im letzten Spiel ein Tor vorbereitet in der 90. Minute. Hier zieht er in die Mitte. Und Harnik kommt ganz blöd dazwischen die Grätsche. Und es gibt den Elfmeter nach 12 gespielten Minuten. Ein bitteres Foul davon, Martin Harnik, der Österreicher, viel zu ungestüm im Zweikampf gegen den Portugiesen. Und dementsprechend vollkommen zu Recht dieser Elfmeter nach eben 13 gespielten Minuten. Lars Schindl, der Kapitän, nahm sich der Sache an und verwandelte souverän 1 zu 0 nach 14 gespielten Minuten Hannover. Also in Führung in der Mercedes-Benz Arena. Normalerweise ja nicht die Hauptdisziplin, beziehungsweise die Hauptdisziplin der Hannoveraner. Auswärts zu gewinnen, schon gar nicht in Stuttgart. Aber hier lief es bis zu diesem Zeitpunkt äußerst gut. Die deutlich bessere Mannschaft in der Anfangsviertelstunde und dementsprechend die verdiente Führung für die Hannoveraner. Wir gehen weiter ins Spiel und Stuttgart kam jetzt langsam nach vorne. Allerdings konnte Hannover dementsprechend kontern, denn hinten stand sie relativ offen. Schöner Pass von Schindl auf Rossel, der leitet direkt weiter auf Didier Jakunan. Der zieht einfach mal ab aus 18 Metern. Schöne Parade von Sven Ulreich. Nochmal Bittenkohl mit der Chance zu Flanken, macht das direkt. Die Flanke kommt, da ist Jakunan nochmal aber rausgeklärt. Und keine Probleme mehr da für die Defensive der Schwaben. Die größte Chance von der Halbzeit dann hier von Werdad Ibišević-Hoffmann fälschte ab. Es gab einen Eckball und der wird reingebracht von Alexandro Maxim, dem Zehner der Schwaben. Und naja, in der Mitte haben sie Kopfballstarke Spieler, unter anderem Christian Gentner mit dem Kopfball. Und dann ist Schmied aber auf der Linie, kann diesen Ball gerade noch raushalten aus dem Tor. Es blieb er 0 zu 1. Und in der zweiten Halbzeit kam Stuttgart dann deutlich besser in die Partie. Vom Publikum nach vorne gepusht. Harnik mit dem Ball da in die Spitze wunderbar reingetrieben auf Gentner. Und Gentner sieht die Lücke für Alexandro Maxim vollkommen frei vor Zieler. Und es steht 1 zu 1. 52. Minute die Schwaben also wieder dran. Und die Roten hatten also die Führung aus der Hand gegeben. Maxim mit seinem ersten Saisontor. Und sie hatten natürlich jetzt die Möglichkeit hier irgendwie ein Comeback zu starten. Das heißt, das Spiel zu drehen. Hannover auf der anderen Seite wollte natürlich hier auch irgendwie jetzt wieder in Führung gehen. Wollte die Führung nicht irgendwie komplett verloren geben, beziehungsweise den Sieg verloren geben. Sondern versuchte weiter nach vorne zu spielen. Und sie schafften es auch in Form von Didier Jaco. Und dann setzt sich hier durch. Wunderbar gegen Oriol. Romeo der Liga von Chelsea. Der Ball auf Rossellou. Der setzt sich klasse durch. Der Schuss aus 18 Metern. Er ist drin. 1 zu 2. Hannover also wieder in Führung. 63 Minuten durch. Und die Roten durften zum zweiten Mal in der Partie jubeln. Ungewöhnlich, dass sie zwei Auswärtstore schossen. Allerdings hatten sie ja so ein Trainer im GT bereits in Mainz geschafft. Wo sie ja 3 zu 0 gewonnen hatten. Und naja, hier war Rossellou halt der Nutznießer, der Defensivfehler von VfL Stuttgart. Allerdings, naja, konnten sie wieder nicht bis zum Ende durchhalten. Die Davi mit dem Ball auf Maxim. Und dann kommt der klasse Ball auf Timo Werner. Und der sieht Abdelau. Der Ex-Hannoveraner 2 zu 2. 90. Spielminute an Norweger mit seinem ersten Tor in der Bundesliga seit Ewigkeiten für den VfL Stuttgart. Und das ausgerechnet gegen seinen Ex-Faner Hannover 96. Im Sommer sollte er zurückgeholt werden. Sie taten es nicht. Und sie bereuten es im Endeffekt. Denn wieder gab es nur ein Unentschieden für Hannover. Das nächste Spiel gegen den FC Bayern München. Langsam geht es abwärts für die Roten. Die stehen nicht gut da. Hätten beide Spiele jetzt gewinnen sollen. Eventuell gewinnen müssen. Jetzt geht es zu den Bayern. Und da ist alles, aber kein Sieg. Wahrscheinlich. Von den Chancen her war es ein gerechtfertigtes Unentschieden. Das war natürlich jetzt bitter trotzdem für mich, dass ich das in der 90. Minute noch verkacken musste. Aber so läuft es halt teilweise. Stuttgart hat ja auch von der Weltplatz 5. Von daher ist das nicht so schlimm. Mal sehen, wie es jetzt gegen Bayern laufen wird. Das wird jetzt auf jeden Fall ein extrem schweres Spiel. Zumal wir auswärts sind. Das heißt, ja, das wird nochmal schwieriger, als es sowieso schon ist. Das ist gegen die wohl, sagen wir mal, erst zwei drittbeste Mannschaft der Welt. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze laufen wird. Die Aufstellung wird nur minimal verändert. Und zwar bleibt Villarinha da stehen. Schmiedebach bleibt auch. Bernhardt geht raus. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Dafür kommt Prip rein. Geht auf links. Und ich glaube, ich packe Jakunan. Ja, nee, Jakunan lasse ich mal drin. Briand kann ich dann später immer noch bringen. Genauso wie Kiyotake. Ich würde sagen, dann lasse ich das einfach so. Gut, passt. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir ins Spiel gegen den Rekordmeister. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, und bis gleich. Der Rekordmeister natürlich auf der Wellenplatz 1. Und heute ging es gegen Hannover 96. Die Roten waren in die Allianz Arena gereist, um hier irgendwas mitzunehmen. Oder es zumindest zu versuchen. Aber Bayern momentan die Übermacht in der Bundesliga. Sogar auf internationaler Ebene momentan spitze. Und bereits mit 18 Punkten aus den ersten sechs Spielen. Hannover auf Platz 6. Nach dem Unentschieden gegen Stuttgart weiterhin auf Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen. Allerdings am Anfang der Saison ist das ja nicht besonders aussagefähig. Und die Bayern, naja, bei denen schien das wiederum sehr aussagefähig. Denn die waren auf Platz 1 und das vollkommen zurecht. Manuel Neuer, Welttorhüterkandidat. Dieses Jahr Weltfußballerkandidat. Der beste Torwart der Welt im Kader, beziehungsweise im Tor beim FC Bayern Münchenheim. Nach Schnitt, die leitete die Partie. Auf der anderen Seite, naja, Ron-Robert Thieler, auch Nationaltorwart, auch Weltmeister. Und im Sturm wieder die Doppelspitze aus Jakunan. Und natürlich Rosse Ludi. Wollten für Torgefahr sorgen. Mal sehen, ob sie das geschafft haben. Gegen Manuel Neuer. Das ist immer relativ schwierig. Vor allem auch gegen die Defensive der Bayern. Und wir schauen direkt mal rein in die Szene. Natürlich für die Bayern-Offensive. Bei Alaba mit dem Freischuss nach knapp 14 Minuten. Der Kopfball von Martinis. Da ist dann Pizarro an die Latte. Das war ein guter Kopfball von Peruana. Der in der Startelf stand. Mehr als überraschend. Lewandowski nicht im Kader. Beziehungsweise nicht in der Startelf. Und es ging weiter mit Chancen für den Peruaner. Alaba hier mit dem Klasseball auf Rode. Und der scheitert erstmal an Zieler. Dabei auch mal Pizarro. Kommt aber nicht mehr an den Ball ran. Dementsprechend bleibt es bei 0 zu 0. Weiter bei der Peruana. Doppelpass hier mit Alaba. Freigespielt. Wunderbar. So war Zweifel umgebracht. Und in der zweiten Halbzeit gab es eine Kopfballchance für Hannover. Stindl. Nach der Flanke von Alaba. Und Neuer mit einer Klasseparade gegen den Kapitän der Roten. Beziehungsweise in Schwarz spielen der Hannoveraner. Klasse Kopfball von Stindl. Den musst du erstmal so machen. Gegen die defensiv starken Bayern. Und dann ist Neuer im Endeffekt da. Und hält diesen Ball fest. Dem weiteren Verlauf ging es nur noch aufs Tor von Hannover. Robben hier mit einer schönen Szene. Spielt den Ball in die Mitte. Wieder fliegt Pizarro vorbei. Da ist aber Philipp Lahm. Der versucht einfach mal. Der Sechster. Der Kapitän der Bayern. Aber Zieler ist wieder auf dem Posten. Und dann kam es wie es kommen musste. Schweinsteiger mit dem Ball in die Spitze auf Götze. Der macht das da gut alleine. Pizarro. Wieder scheitert er an Zieler. Aber da ist dann plötzlich Lahm. Weil Albonos über den Ball springt. Beziehungsweise unter dem Ball durchspringt. Und dann macht er das Kopfballtor. Der kleine Kapitän der Bayern. Wunderbarer Kopfball. Wunderbar platziert. Allerdings war das auch nicht sonderlich schwierig aufs leere Tor. Denn Albonos sprang an dem Ball vorbei. Zieler war noch irritiert. Beziehungsweise abgelenkt von seiner Rettungstat. Da gegen Pizarro. Die er klasse gemacht hatte. Aber naja, für Lahm ist das dann nicht schwierig. Diesen Ball noch ins Tor zu bringen. Bayer machte dann noch weiter. Hatte die einzigen Chancen im Verlauf der restlichen Partie. Robben wieder über außen geschickt. Der machte da auf der linken Seite heute viele Probleme. Die Flanke auf Müller im Rückraum. Und der versucht nochmal mit dem Ball in die Mitte auf Philipp Lahm. Der kann sich wieder durchsetzen. Da ist dann nochmal Robben auf der anderen Seite. Nochmal Lahm mit links. Und dann ist das Stindl dazwischen. Verhindert hier ein schlimmeres Ergebnis. Es blieb bei Mainz zu 0 für die Bayern. Hannover hatte sich gut präsentiert. Defensiv sehr stark gestanden. Für den Tor hat es nicht gereicht. Aber immerhin hat man sich nicht blamiert gegen die wohl beste Mannschaft der Welt. Neuer hatte eine richtig gute Parade gezeigt gegen die einzig gute Chance von Hannover. Die müssen sich jetzt langsam wieder steigern. Mit so einer Leistung kann man auf jeden Fall gegen andere Teams aus der Bundesliga gewinnen. Bayern ist die Spitze der Liga. Ich denke mit dem 0 zu 1 sind wir relativ gut bedient. Und naja, können auch damit zufrieden sein. Weil es ist die beste Mannschaft der Bundesliga. Definitiv ist es die beste Mannschaft auf Hiefer einer Bundesliga. Und es ist eine der besten Mannschaft in der Welt. Und gegen die nur 0 zu 1 zu verlieren ist auf jeden Fall in Ordnung. Jakunan fällt 3 Wochen aus. Das ist wiederum überhaupt nicht in Ordnung. Das ist richtig beschissen. Allerdings, naja, musst du damit leben können. Die Doppelspitze würde aber bestehen bleiben. Das heißt jetzt einfach, dass wir entweder Schlaudraff oder Rion reinrücken. Denn wir haben ja unseren anderen Hauptstürmer quasi verliehen mit Soberg. Aber das kriegen wir auf jeden Fall schon irgendwie hin. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon von dieser Episode. Ich hoffe, euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Zwei Unentschieden. Eine Niederlage in der nächsten Episode. Muss es wieder besser werden. Mal sehen, wie wir dann weiterspielen. Und dann bei dem Platz 9 für uns. Da geht auf jeden Fall noch was. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag. Haut rein. Und ciao. Wunderschönen Tag. Wunderschönen Tag. Wunderschönen Tag. Wunderschönen Tag.